Herzlich willkommen bei Runners Point. Ich möchte euch neue Textilien vorstellen aus der Saison Frühjahr-Sommer 2011. Und ich habe hier das neue Langarm-Kompressions-Shirt der Firma New Balance für euch. Ja, Kompressionstextilien, ganz aktuelles, ganz heißes Thema. Kompressionstextilien sorgen ja für mehr Durchblutung in der Muskulatur und somit eben für mehr Energie beim Laufen. Ihr seht große Belüftungsflächen, einmal auf der Vorderseite an der seitlichen Rumpfmuskulatur und auf der Innenseite der Arme. Die Nähte sind anatomisch angepasst, entsprechend den einzelnen Körpersegmenten und den Muskelgruppen. Und natürlich ist auch für die Sicherheit gesorgt, das Logo ist reflektierend. Auf der Rückseite seht ihr nochmal eine sehr schön große Belüftungsfläche sowie einen reflektierenden Schriftzug. Der Abschluss hier unten sehr rutschfest gehalten, dadurch bleibt das Shirt immer schön unten und rutscht beim Laufen nicht hoch. Und übrigens ist das Shirt mit einem ausgezeichneten UV-Schutz ausgestattet, sodass es besonders gut für sonnige Tage geeignet ist. Die verwendete Faser wirkt außerdem antibakteriell, wirkt also besonders geruchsneutral. Ihr könnt diese Kombination aus Kompressions-Shirt und Hose von der Firma New Balance in den Runners Point Filialen bekommen oder unter www.runnerspoint.com.